Stell dir vor, du weißt, in deinen Genen, was da drin ist, daraus können Wissenschaftler berechnen, wie muss der Bakterienmix in deinem Darm sein, also dein Mikrobiom im Darm, damit diese angelegten Krankheiten nicht ausbrechen. Wenn diese fünf Technologien zusammenkommen, dann werden die 120. Das ist der Grund, warum die 120. Liebe Freunde, willkommen zurück. Bei mir ist der großartige Sven-Gabor Jansky und wir sprechen, was passiert denn mit uns, wenn unsere Körper nicht 60, 70, 80 oder 90 Jahre leben können, sondern tatsächlich 120 leicht und entspannt erreichen können. Was passiert mit deinen Liebsten, die vielleicht jetzt schon im fortgeschrittenen Alter sind, wie Oma, Opa? Was passiert mit deiner Arbeitssituation? Weil ich glaube, die wenigsten haben Bock, 100 Jahre lang den gleichen Job zu machen und welche Auswirkungen hat das Ganze auf der physischen Ebene? Also wie wirst du dich fühlen, was wirst du können, was wirst du weniger können? Ist es möglich, irgendeine Pille zu schlucken, sodass du plötzlich dreimal weiter springen kannst oder vielleicht 20 Minuten länger Auto fahren kannst, während du gerade einschläfst? Genau diese Themen werden wir beleuchten. Willkommen zurück, Sven-Gabor Jansky. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Sven, mach mal die Fakten auf den Tisch. Was passiert, wenn der Mensch 120 sein wird und was denkst du, wie schnell kriegt man das hin, dass die Menschen sich ihre Gesundheit, also A, muss man sich bewegen, besser ernähren oder sagst du, das wird sehr, sehr stark über Nanotechnologien und über Pillen geregelt, dass du Schrott essen kannst, dich kaum bewegen kannst und trotzdem alt wirst? Also es gibt, wie soll ich sagen, es gibt konstant so eine Verlängerung des Lebensalters. In der Vergangenheit hat man immer gesagt so, jedes Jahr wirst du ungefähr ein Vierteljahr älter, wenn du dich halbwegs ordentlich verhältst mit deinem Körper, also ein bisschen Sport machst, nicht rauchst und irgendwie so. Und diese leichte Verbesserung, diese konstante Linie sozusagen, immer so jedes Jahr, ein Vierteljahr ungefähr, nicht ganz, ein bisschen weniger, aber das ist sozusagen die, wie soll ich sagen, die normale Verbesserungslinie. Aber mit der kommen wir nicht bei 120 Jahren raus, jedenfalls noch nicht so schnell. Warum wir Zukunftsforscher, warum in all unseren Studien steht, dass schon die Generation unserer Kinder ein durchschnittliches Lebensalter, Lebenserwartung von 120 Jahren haben könnte, das hat tatsächlich mit Technologie zu tun. Und zwar mit drei Technologien, die, na sagen wir mal, also fünf Arten von Technologien, da sind drei Haupttechnologien, die fünf Arten darunter. Ich beschreibe die mal ganz kurz, damit man sich das vorstellen kann. Also erstens, das ist die Genanalyse, die komplette Analyse deines individuellen Genoms. Das hat vor ein paar Jahren mal Milliarden gekostet, damals war Bill Clinton noch US-Präsident, wurde das erste UNM Genome Project und zum ersten Mal analysiert, wie tickt der Mensch sozusagen in sich. Inzwischen, ich habe das vor Corona gemacht, hat mich das 860 Euro gekostet. Nach Corona, ich glaube, jetzt sind es noch 450 und so weiter. Also das rutscht in den nächsten zwei bis drei Jahren unter 100 Euro und dann irgendwann in den Cent-Bereich. Lange Rede, kurzer Sinn, jeder Mensch weiß dann, wie sein Genom ist. Ja, das wissen wir. Welche Vorteile hat das? Achso, okay, also das ist, was habe ich von Uru-Opa möglicherweise vererbt bekommen, womit ich mich über mit 20 auseinandersetze, statt mit 46, wenn es zu spät ist, ne? So ist es, so ist es, ja. Also du weißt dann, welche Krankheiten sind irgendwie in mir drin, durch irgendwelche Mutationen, Vererbungen, was auch immer entstanden. Das zweite ist, wenn da irgendwelche Krankheiten drin sind, die kannst du dann rausschneiden. Also die sogenannte Genschere, haben wir alle schon mal gehört. Heute ist die noch verdammt teuer und natürlich auch ethisch umstritten, da muss man noch viel diskutieren. Aber letztendlich, technologisch geht es, heute bei sieben genetisch angelegten Krankheiten, dass du die rausschneiden kannst. Jede Therapie kostet über eine Million, ist also noch wahnsinnig, wahnsinnig teuer. Dauert noch 30 Jahre nach unserer Prognose bis zum Massen. Okay. Dritte Technologie, das Verjüngen, das Zurückdrehen des Alterungsprozesses von Zellen. Rejuvenation. Epigenetik, auch das gibt es, ist heute noch ein bisschen teuer. So eine Anwendung kostet so 1800 Euro, musst du alle sechs Wochen machen, geht irgendwann ins Geld. Wir rechnen damit, in zehn Jahren ist das im Massenmarkt. Vierte Technologie, Ersatzteilorgane. Also der Mensch, statistisch gesehen fast die Hälfte der Menschen stirbt an einem Problem mit dem Herzen. Wenn zu diesem Zeitpunkt es die Möglichkeit gäbe, in einem 3D-Drucker ein Herz aus meinen eigenen Zellen zu drucken, was nicht abgestoßen wird und einfach zu ersetzen. Dann kann ich weiterleben. Die meisten jungen Menschen finden das überflüssig, weil die haben das Herz okay. Aber man kann jedem versprechen, wenn es dann an diesen Tag rankommt, dann weiß man das zu schätzen. Dauert noch nach unserer Prognose 15 Jahre bis Massenmarkt. Also gibt es schon, ist noch zu teuer 15 Jahre bis Massenmarkt. Fünfte Technologie nennen wir Medical Food. Also stell dir vor, du weißt, welche in deinen Genen, was da drin ist, daraus können Wissenschaftler berechnen, wie muss der Bakterienmix in deinem Darm sein, also dein Mikrobiom im Darm, damit diese angelegten Krankheiten nicht ausbrechen. Es gibt eine Korrelation, kann man berechnen. Das heißt, die Wissenschaftler können heute schon jedem den individuell idealen Bakterienmix im Darm berechnen. Wenn du den dein Leben lang konstant hältst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese angelegten Krankheiten ausbrechen am geringsten. Und wenn du jetzt deinen Sollzustand hast, wie muss der Bakterienmix im Darm aussehen, dann brauchst du noch den Ist-Zustand. Wie sieht er denn gerade aus? Dafür gibt es dann, gibt es auch heute schon, ist noch ein bisschen teuer, gibt es auf Messen, kann man sich kaufen, Smart Toilettes, also Toilettenschüsseln, die einen Sensor drin haben, die messen, was du da rein machst. Und eben das Mikrobiom im Darm. Und dann hast du eben eine Abweichung von, was weiß ich, 23%. Und dann gehst du in die Küche und dann hältst du dein Handy an die Küchenmaschine der Zukunft, einen 3D-Drucker würde ich empfehlen, also 3D-Food-Drucker, druck dir Müsli, druck dir Ei, Spiegelei, Rührei, was auch immer, habe ich alles schon gegessen, und druck dir eben genau das mit rein, was in deinem Körper gerade fehlt. Das heißt, durch Nahrung, Medical Food, korrigierst du ständig den Bakterienmix in deinem Darm, hältst ihn im Optimalzustand und in dem Zustand, wo diese angelegten Krankheiten nicht ausmachen. Wenn diese fünf Technologien zusammenkommen, und ich habe jetzt, die sind nicht morgen da, an denen muss man noch entwickeln, aber die weiteste Prognose war 30 Jahre. Sagen wir mal, irgendwas klappt nicht, dann sind das 40 Jahre. Wenn in 40 Jahren, meine Kinder, meine Kinder sind heute 6 Jahre, 7 Jahre und 11 Jahre, wenn ihr das in 40 Jahren, wo sie ungefähr 50 sind, benutzen könnt, so alt wie ich heute, dann werden die 120. Das ist der Grund, warum die 120. Und jetzt kann man sogar noch einen draufpacken, nämlich, wenn mein Sohn, der mittlere, sieben Jahre heute, wenn der irgendwie 120 wird, dann haben wir jetzt noch 113 Jahre Zeit, um in der Computerbranche etwas zu schaffen, was heute noch nicht geht, wo aber auch schon Milliarden Beträge investiert wurden, nämlich in einem Computer ein menschliches Hirn nachzubauen. Was ist der Sinn der Sache? Naja, wenn ich im Computer ein menschliches Hirn habe, dann kann ich im nächsten Schritt das, was ich hier oben drin habe, kopieren in diesem Computer. Ich weiß, das klingt nach Science Fiction, ist auch noch lange nicht da, aber mein Sohn lebt noch 113 Jahre. Und für alle die, die sich vorstellen können, dass sowas in den nächsten 113 Jahren passiert, für die ist der Gedanke naheliegend, dass der erste unsterbliche Mensch schon heute lebt. Hier bei mir zu Hause, das ist mein Sohn und eure Kinder, wie auch immer. Also die heutige Kindergeneration, mit 120 geht der Körper, aber vielleicht nicht der Geist. Und das ist eine Situation, auf die, glaube ich, sich noch niemand vorbereitet hat, die aber aus all diesen Technologieprognosen sehr, sehr relevant ist. Also haben wir in unseren Kinderzimmern tatsächlich schon die erste unsterbliche Generation? Und wenn, was für eine Verantwortung haben wir, mit denen umzugehen, sie zu erziehen? Ja, das sind so Fragen, die, einerseits sind sie für den Menschen, für meinen Körper, also wenn, ich sage mal so, wenn ich die Chance habe, nicht mit 80 zu sterben, wie heutiger Durchschnitt ist, sondern 90 zu werden, ja bitte, dann möchte ich das. Also ich persönlich, und wenn meine Kinder die Chance haben, 120 zu werden, dann möchte ich das auch. Und die zweite Frage ist, was macht das eigentlich mit unseren Beziehungen? Interessante Frage. Wahnsinn, Wahnsinn. Es gibt ja so einen Film mit Kevin Spacey, der heißt K-Pax. Und da spielt er einen Außerirdischen, der plötzlich auf die Erde kommt und dann vom Psychiater behandelt wird. Ich liebe den Film ja total. Und dann stellt Psychiater, gespielt von Jeff Bridges, immer wieder die Frage so, also der hält ihn für einen Irren, aber der weiß es nicht genau. Und die Antworten sind aber laserscharf und der kommt von einem höheren Bewusstsein, ein Alien. Und sagt, da wo ich bin, in K-Pax, da gibt es dieses klassische, wie ihr hier auf der Erde habt, Beziehungen und du musst mir, ich dir, sondern da kann jeder mit jedem Nachmittag verbringen. Und also es ist sehr frei, es ist nicht mehr müssen, sondern es ist sehr, jede Seele, jeder Individuum hat die Freiheit der Entfaltung. Und vielleicht, du sagst es ja richtig, wohin führt es uns, wenn die Menschen sich plötzlich damit auseinandersetzen müssen, ich kann ja ewig leben, dann würde es ja bedeuten, dieses größer, schneller, weiter, ich, 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 mehr, 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 wird nicht funktionieren. Und wir müssen das von Anfang an in den Schulen lernen und weg vom kapitalistischen System, sondern hin zu gut für dich, gut für alle. Also da auch diese ethische Frage, die die Zukunftsforscher wahrscheinlich auch bewegen muss. Und nicht die Technologie, die uns dann zu Sklaven, Menschen macht, weil die KI mit Sicherheit uns irgendwann dann, ich glaube Elon Musk sagt ja auch sowas ähnliches, eine der größten Gefahren auf der Erde, dass die KI zu schnell sich entwickelt und der Mensch das dann dann entgleitet und wir dann diese Filme haben, die einige vielleicht noch aus Hollywood kennen, vor 10, 20 Jahren noch, die Technologie, den Menschen vielleicht auch übernimmt und wir dann Sklaven von dem technologischen Wert. Ja, so ist es und interessant ist auch die Antwort, die Elon Musk gibt, obwohl der ganz immer dazu sagt, er weiß es auch nicht. Aber er hat einen Guess, einen Educated Guess und sein Educated Guess ist, dass wir diesen Kampf zwischen Mensch und Maschine, also Mensch und KI, der da in Apokalypse-Filmen sozusagen schon sichtbar ist, aber dass wir den Kampf verhindern können möglicherweise, wenn wir Menschen uns mit dieser KI verbinden. Das ist der Grund, warum der, vielleicht wissen das deine Zuhörerinnen und Zuhörer, warum Neuralink, also die Elon Musk Firma entstanden ist, die an dieser BCI, Brain Computer Interface, also eine Schnittstelle zwischen Hirn und Computer forscht, weil er sagt, wenn wir dieser KI sozusagen Menschlichkeit mitgeben können, dann geht das nur dadurch, dass wir uns mit der verbinden. Wir werden das ihr nicht einprogrammieren können, weil wie programmierst du Menschlichkeit? Das kann die Menschheit sich schon nicht einigen, was Menschlichkeit ist und dann kannst du es auch nicht programmieren und Maschine kann es nicht verstehen. Also musst du dich mit denen verbinden. Und das ist natürlich eine, das ist Science Fiction, das klingt nach Science Fiction, aber Science Fiction, wenn ich es richtig weiß, also in dieser BCI sind schon 2,8 Milliarden Euro investiert. Und wir haben noch 113 Jahre, die mein Sohn lebt. Also ich halte das für nicht gering, die Wahrscheinlichkeit, dass mein Sohn das absolut erlebt, natürlich. Wahnsinn, sensationell. Und wir konnten uns auch irgendwann mal nicht vorstellen, also nimm mal eine jetzt aus 1783 in unsere heutige Zeit und da sieht die Flugzeuge am Himmel und diese Hochgebäude, der denkt auch, das gibt es nicht, das ist nicht möglich, auch vor 100 Jahren nicht. Die Geburt der Brighting war dann knapp, irgendwas über 100 Jahre, das erste Prototyp eines Flugzeugs, 35 Meter geflogen ist, ich glaube für 12 Sekunden in der Luft, das war ja nicht denkbar vorher, es ist Realität. Du setzt dich heute mit 400 anderen in den Airbus und bist 12 Stunden später an einem Ort, wofür du früher vielleicht nie hingekommen wärst oder wahrscheinlich 6 Monate Reise gebraucht hättest mit Dschungeln und allem. Und das gilt übrigens nicht nur für verrückte Technologie, also so für kalte Technologie, was man so immer sagt, sondern das gilt auch für den menschlichen Körper. Ich zeige bei meinen Vorträgen, die ich halte, immer so eine Grafik, so eine Grafik der letzten 200 Jahre, wo die menschliche Gesundheit gemessen an der Lebenserwartung dargestellt wird. Und das ist eine Minute und nach einer Minute ist allen, die da zuschauen, klar, die Menschheit hat in den letzten 200 Jahren etwas Gigantisches gemacht, weil sie hat ihr Lebensalter verdoppelt, von irgendwas knapp unter 40 auf 80 heute. Und zwar nicht nur in den reichen Ländern, sondern auch in den allermeisten Ländern der Welt. Also insofern, diese Frage, wie entwickelt sich die menschliche Gesundheit, dieser menschliche Körper weiter, das ist jetzt nicht nur durch verrückte KI- und Digitalisierungsleute entstanden, sondern das gibt es die ganze Zeit. Wir machen das die ganze Zeit. Hättest du vor 200 Jahren den Menschen gesagt, irgendwie, ich habe eine Idee, wir werden unser Lebensalter verdoppeln, hätten alle gesagt, ey, du spinnst, was für ein Verrückter, ja, wahrscheinlich hätten sie sich auf einen Schalterhaufen gestellt und verbrannt. Aber genauso ist es passiert und genauso geht es einfach weiter. Wow. Sven, jetzt mal eine Frage. Du sagtest ja, es gibt diese fünf Möglichkeiten, auf die die Wissenschaft jetzt schon Einfluss nehmen kann, dass der Mensch länger lebt, also von Pillen schlucken bis zu optische Veränderungen. Gibt es nicht vielleicht noch eine sechste, die allerdings nur Spezialeinheiten wie Militär oder ähnlichen Navy Seals dann vorenthalten sein wird? Ich meine, mich erinnern zu können, dass auch im Zweiten Weltkrieg einige sich da was reingeworfen haben, da haben sie keinen Schmerz gespürt oder einige dann plötzlich weiter springen konnten oder längere Ausdauer hatten. Also was gibt es da noch, was die physische Kräfte, die wir aktuell nicht haben, unsere Ressourcen massiv potenzieren wird? Ich weiß auch mal, wir haben irgendwann mal eine Bühne geteilt und dann hatte ich in deinem Vortrag zugelauscht und dann hast du auf der Bühne so ein kleines Döschen gehabt mit etwas, was die Gehirnkapazität massiv erhöht, wenn man einfach diese eine Pille schluckt für eine kurze Zeitdauer, aber dass du maximal performen kannst, weil dein Gehirn auf mehrere neuronale Bereiche zugreifen kann gleichzeitig, was sonst nicht der Fall ist. Vielleicht erzählst du mal so, die Superpillen. Ja, also ich sage mal so, die gibt es und du hast mit dem Verweis auf den Krieg, Zweiter Weltkrieg, da gibt es, also wen das interessiert, googelt nach Panzerschokolade oder so etwas. Ja, das ist alles, das sind Wirkstoffe, ganz viel auf, also heute sagen wir Ritalin dazu, ja, das sind halt Wirkstoffe, die sind natürlich umstritten, also logischerweise alles, was dich aus der Norm heraushebt, ist umstritten und tatsächlich sind die Nebenwirkungen auch nicht, muss man auch sagen, nicht deutlich erforscht und nicht dokumentiert und so weiter. Aber selbstverständlich, unser Körper lebt von Biochemie und selbstverständlich gibt es Wirkstoffe, die du in deinen Körper reingibst und dann verbessern sie entweder deine körperlichen Fähigkeiten oder deine geistigen Fähigkeiten oder dein Hirn. Unsere Gesellschaft hat dafür ein Wort erfunden, das heißt Doping. Nun, Doping ist jetzt, also natürlich ein schlecht, ein negativ behaftetes Wort, ja, ist klar, aber letztendlich sagt Doping nichts anderes als die Biochemie des Körpers so zu verändern, dass du eine höhere Leistungsfähigkeit hast. Und solange du dich im Wettkampf befindest, also im Sportwettkampf oder in was auch immer, im Schachwettkampf, keine Ahnung, solange ist das natürlich möglicherweise verwerflich, also solange kann die Gesellschaft sich darauf verständigen, nee, das wollen wir nicht, weil wir wollen, dass der Körper gewinnt, der aus seiner natürlichen Mutation heraus schon diese bessere Biochemie oder die bessere geeignete Biochemie hat. Aber eigentlich ist es unfair, weil der andere kann ja nichts dafür, dass er irgendwie aus seiner natürlichen Mutation heraus nicht diese Biochemie hat. Also ist möglicherweise auch eine Argumentation, die man sich überlegen sollte. Ist es nicht, also wieso sollte ich einem Kind, was, sagen wir mal, Kind, Matheunterricht, dritte Klasse, einer schreibt immer Einsen, der andere schreibt immer Fünfen, warum sollte ich einem Kind, was immer Fünfen schreibt, verwehren, wenn er eine Pille nehmen kann, auch eine Eins zu schreiben? Natürlich soll diese Pille jetzt bitte nicht zu starken Nebenwirkungen und irgendwie Abhängigkeiten oder Krankheiten führen, logisch, ja klar, aber wenn das alles okay ist, ja bitte, warum denn nicht? Und diese Wirkstoffe, also ich will jetzt hier keine Werbung machen für irgendwelche Wirkstoffe, Wer ein bisschen ordentlich googeln kann, der findet die, die gibt es heute schon und die werden noch viel stärker werden in der Zukunft. Warum werden sie stärker werden? Weil wir in der Zukunft, das habe ich ganz am Anfang gesagt, dazu kommen werden, unseren individuellen Körper besser zu verstehen. Also du hast eine etwas andere Genetik in deinem Körper als ich in meinem Körper. Mein Mikrobiom ist ein Stück weit anders als dein Mikrobiom. Und sozusagen passend auf diese wirklich individuelle Zusammenstellung kannst du dann natürlich auch die Dinge, die du da rein zugibst, sozusagen irgendwie individuell anpassen, was total viel Sinn macht. Also lange Rede, kurzer Sinn, je mehr wir Daten aus unserem Körper verstehen, Echtzeitdaten idealerweise aus unserem Körper verstehen, desto mehr wird das Bedürfnis danach kommen, diese Daten einfach zu verbessern. Ja, und da gibt es eben dies und jenes und da eine Pille und da ein bisschen was. Klar, gibt es alles. Wahnsinn. Sven, zwei letzte Fragen. Frage Nummer uno. Wenn du an die Veränderungen der nächsten zehn Jahre vor allem denkst, was sind so die größten Ausrufezeichen, die kommen werden, die den meisten Menschen aktuell noch gar nicht bewusst sind, was sie vielleicht noch ein bisschen durchschütteln könnte oder überraschen könnte, was die Menschen jetzt im 2023 nicht ahnen, was vielleicht schon 2027 nicht Standard wird, aber schon sehr, sehr großer Alltag bei uns sein wird, was die meisten aber gar nicht kommen sehen aktuell. Also im Bereich von... Alles, also wirklich das ganze Leben. Ich verstehe das. Das ganze Leben auch. Für dich ist es wahrscheinlich schwieriger, weil du dich jeden Tag mit diesen Dingen beschäftigst, aber wenn du jetzt Leute auf der Straße in Köln, Berlin, München fragst, hast du da schon mal was gehört, dann sagen die meisten, nee, was soll das sein? Also heute in zehn Jahren, wo du sagst, die größte, gravierendste Veränderung, Zukunftsmarkt, Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität, alles. Also die wirklich größte Veränderung, die ist eigentlich unscheinbar, sie klingt unscheinbar, aber die größte Veränderung ist die Frage, wir gehen in einen Arbeitsmarkt der Vollbeschäftigung, jeder, der einen Job verliert, hat am nächsten Tag 20 Möglichkeiten. Die größte Frage, die ansteht, ist, was machen wir Menschen eigentlich, wenn wir nicht mehr acht Stunden Lohnarbeit am Tag leisten müssen für unsere Existenzsicherung, sozusagen. Haben wir, kriegen wir es hin, uns Tage, erfüllte Tage, kreative Tage und so weiter vorzustellen, die nicht mehr im Zentrum acht Stunden Lohnarbeit haben. Das ist für die nächsten zehn, wahrscheinlich sogar 20 Jahre, die größte Fragestellung, die die Menschheit zu lösen hat. Und die ist natürlich zu lösen. Also die Menschheit ist ja nicht für acht Stunden Lohnarbeit am Tag geboren, das ist ja ganz klar. Aber die meisten von uns sind so sozialisiert, dass sich alles um diesen Kern der Arbeit herumdreht. Das wird irgendwann nicht mehr nötig sein müssen. Das ist wirklich eine echte, spürbare Veränderung. Die zweite spürbare Veränderung ist, dass unsere Eltern später sterben werden. Also, und das ist was Gutes, ja, das klingt jetzt nicht das Gutes, das ist was Gutes. Wir werden uns daran gewöhnen, dass Menschen über 100 Jahre alt werden. Schon heute verschickt übrigens der Bundespräsident keine Glückwunschkarte mehr, wenn du deinen 100. Geburtstag erreichst, weil es einfach zu viele geworden sind. Und wenn das so weitergeht in der Generation unserer Kinder, werden wir uns darüber unterhalten müssen. Ich habe ja vorhin gesagt, 120 Jahre und dann möglicherweise digital weiter. Wie gehen wir eigentlich mit, wie soll ich das sagen, wie gehen wir eigentlich mit dem um, mit den Phänomenen um, die wir bisher in den Bereich von Schicksal, von Leid, von Unfall und so weiter gesteckt haben. Also Bereiche, wo wir gesagt haben, da kann ich nichts dafür, das ist einfach über mich gekommen. Weil, wenn du das durchdenkst oder wenn ihr das durchdenkt, was ich jetzt über die Gesundheit und Körper und Daten und so weiter, dann kommst du ja ganz schnell auf den Gedanken, naja, ich bin ja dafür. Also, wenn ich die Daten habe, wenn ich weiß, wie das hier innen so ist, dann bin ich ja dafür verantwortlich, ob ich krank werde oder nicht. Dann ist, wenn ich krank geworden bin, kommt von meiner Familie, von meiner Frau hier nicht mehr, ach, leg dich mal drei Tage ins Bett und ich kümmere mich hier um die Familie und mache alles, sondern dann kommt irgendwie der böse Blick und sagt, ich sage mal, bist du bescheuert? Du hast das in deinen Daten gesehen. Was hast du, wieso bist du jetzt krank geworden, du Idiot? Und natürlich auch in der Gesellschaft. Und wenn du es noch weiter treibst, ist die Frage, ja, wenn Menschen 120 werden oder noch länger, mein Gott, wer entscheidet über das Sterben? Bisher ist Sterben halt, Natur entscheidet und dann ist es vorbei. In unseren, also das kann man jetzt nicht mehr wissenschaftliche Studien nennen, weil wissenschaftliche Studie hat eine wissenschaftliche Wahrscheinlichkeit bis zu zehn Jahre voraus und alles, was darüber hinausgeht, sind dann Zukunftsbilder, aber die gibt es natürlich bei uns auch. Wenn wir die heutige Kindergeneration, das Leben der Kindergeneration beschreiben, gibt es immer ein Kapitel in diesen Studien und Büchern, wo so im Alter von 100 ungefähr die Menschen zu einem Arzt gehen, in eine Klinik, ein Transformation Center nennen wir das und selbst entscheiden, wie soll das jetzt hier weitergehen? Also habe ich noch Freunde um mich herum, will ich weiterleben, dann tausche ich ein paar Organe, Ersatzteilorgane und so weiter. Oder habe ich niemanden mehr, dann will ich vielleicht sterben. Oder ich habe hier niemanden mehr und will vielleicht sterben und es gibt aber tatsächlich diese Möglichkeit, mich selbst als in irgendetwas Digitales sozusagen, mein Bewusstsein, irgendwas Digitales zu bringen, ja dann steckt mich auf die nächste Rakete und schießt mich mal zum Mars. Das finde ich ganz interessant, was da oben noch so los ist. Also was ich damit sagen will ist, wir Menschen bekommen, je mehr diese Technologie sich entwickelt, bekommen wir Menschen mehr Verantwortung über Dinge zu entscheiden, über die wir bisher nicht entschieden haben, weil wir sie irgendwie dem Schicksal zugeordnet haben. Und das wird einige überfordern. Und einige finden es super gut, andere sagen um Gottes Willen und die Dritten brauchen Coaches. So ist das Leben. Wahnsinn, irre. Jetzt sind doch noch eine Frage dazugekommen, vielleicht mit einem Ja und Nein und warum. Gibt es Aliens aus der Sicht eines Zukunftsforschers? Ein höheres Bewusstsein? Nein, weil sie hätten uns entdecken müssen. Also nicht wir hätten sie entdecken müssen. Wir sind nicht entwickelt genug, um sie zu entdecken. Aber sie hätten uns entdecken müssen und es hätte eine Logik gegeben, dass sie sich bei uns, wie soll ich sagen, zu erkennen gegeben hätten. Aber mit aller Vorsicht, wir sind keine Alien-Forscher. Aber in der Tat, diese ganze Entwicklung, jetzt muss ich doch noch einen Satz dazu sagen, entschuldige bitte, aber diese ganze Entwicklung mit künstlicher Intelligenz und so weiter und auch die Frage, wird künstliche Intelligenz, werden die Menschen zu einer Spezies zweiter Klasse, weil die Computer intelligenter sind und so. Wenn man sich das auf dem langen Zeitstrahl des Universums durchdenkt, dann hätte das, wenn es geschehen kann, dann hätte es schon lange geschehen müssen. Dann wären wir also schon heute quasi unter einer Glocke, dann wären wir heute schon im Computerspiel quasi. Wir würden es noch nicht merken, weil wir es nicht gemerkt haben. Theoretisch ist das alles denkbar. Rein praktisch, und das ist das, worauf der Wissenschaftler schaut, haben wir einfach noch keine Signale, keine Indizien, keine Signale, dass das wirklich so wäre. Und deshalb muss ich als Wissenschaftler sagen, aus heutiger Sicht nein. Okay, angekommen. Ich schmeiße nochmal meinen Hut noch in den Ring und sage Phoenix Lights 1997, weil ich da vor ein paar Monaten erst was gesehen habe, was sogar vom Bürgermeister dokumentiert worden ist. Also lassen wir so stehen. Ich finde sehr, sehr wichtig, dass wir verschiedene Perspektiven sehen. Und Wissenschaft schafft ja Wissen. Und das heißt ja nicht, dass Wissenschaft alles weiß. Wir wissen es auch nicht. Die Wahrheit legt immer dazwischen. Sven, letzte Frage. Ein paar Apps oder etwas, was in der Zukunft definitiv der Standard sein wird. Etwas Kleines, Praktisches, was jeder hier und jetzt schon installieren oder umsetzen kann, was die meisten nicht wissen. Ja, also ich bin nicht so sehr auf Apps, aber wir haben gerade über Gesundheit geredet. Und es gibt natürlich heute schon Anbieter, die dein Genom analysieren. Wahnsinnig interessant. Macht das. Bitte macht das. Keiner muss, aber übrigens ein kleiner Hinweis. In Europa ist es so, dass du medizinische Aussagen, also analysieren können alle Wissenschaftler genauso gut, aber die in Europa dürfen dir keine medizinischen Aussagen geben, wenn du nicht eine Prädisposition hast in deiner Familie für irgendwelche genetisch angelegten Krankheiten. Das heißt, wenn du das nicht hast und trotzdem genetische Informationen haben willst, dann musst du außerhalb von Europa schauen. Da gibt es auch Anbieter. Hat aus meiner Sicht eine wahnsinnige Auswirkung. habe ich am eigenen Leib gespürt, weil du plötzlich, weil dein Körper plötzlich nichts mehr fremd, also eher nicht irgendwas ist, wo du drin steckst, aber du nicht weißt, warum das so ist, sondern du hast es auf der atomaren Ebene. Du weißt genau, warum das irgendwie, und du weißt auch am Ende dann, was du essen musst. Du weißt auch, dass all die Tipps, die da in den Zeitungen stehen, isst das und isst kein Fleisch und isst dies und jenes, in dieser Pauschalität, in der Masse völliger Unsinn sind, weil ich soll zum Beispiel jedes Fleisch dieser Welt essen, weil mein Körper das gut verarbeiten kann. Ich darf aber keinerlei Getreide, also Getreide, Produkte und so weiter. Und zwar, also du kriegst sozusagen das, was wir heute als Weisheit oder vielleicht sogar als Wahrheit verstehen, was so in den Medien so geschrieben wird, das kannst du auf deiner persönlichen Basis beurteilen und du kriegst sehr, sehr schnell den Blick dafür, dass das weder was mit Wahrheit noch was mit Weisheit zu tun hat, was da geschrieben wird, sondern einfach nur ein augenblicklicher Stand von Betrachtung der Welt ist, der schnellstens überwunden werden sollte, weil er einfach viel zu dumm ist. Superschön, sagt Sven Garbojanski, dein wunderbares Buch 2030 verlinken wir außerhalb, wer da noch tiefer eintauchen wollen würde. Und ja, die Frage wird sich wahrscheinlich sein, in den nächsten Jahrzehnten, werden wir Sklaven der Technologie oder schaffen wir es, den Fortschritt, der nicht aufzuhalten ist, zu unserem Freund zu machen und im gesundheitlichen Bereich, in Beziehungen, im Beruf, im Investments, also Hand in Hand mit der Zukunft zu gehen und die Zukunft ist Technologie. Damit brauchen wir gar keine Diskussion starten. Die Frage ist nur nicht, ob sie kommen wird, sondern in welcher Konstellation wir miteinander etwas erschaffen. Sven, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deinen Pioniergeist. Ich glaube, du hast da einige Gänsehautmomente, nicht nur bei mir, sondern bei Zuhörern gesorgt, was da alles auf uns zukommt. Und wenn ich mir deinen Optimismus und deine Bodenständigkeit anschaue, glaube ich tatsächlich, dass die Zukunft positiv sein darf und wird. Danke für deine Zeit. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank euch. Danke. Erfolgstuhl ist der größten Genies aller Zeiten. In unserem Podcast Die Köpfe der Genies kannst du direkt hier abonnieren. Und wenn du Lust hast, kannst du auch hier dem YouTube-Kanal folgen. Die Köpfe der Genies